Ein herzliches Willkommen bei Blacktree Gaming. Heute wieder Valheim. Mit dabei der Phil und der nackte Junior. Hallöchen. Wir sind auf Rettungsmission um die Sachen von Junior zu retten. So biegen wir uns das nach Zinnwald und holen das Zeug vom Junior. Kann man pingen wo das Zeug ist? Nein. Hier ungefähr. Hier. Ja hier und hier vielleicht. Keine Ahnung. Was? Zweimal? Ja. Einmal hatte ich noch die Pfeile dabei und mein Bronzeswerk und das andere. Der ging dann eben. Ich wusste gar nicht ob das sowas war. Er hat nur schon einen Bogen gespattet, deswegen hab ich schon geschossen. Eigentlich nix, wenn ich les. Leute. Dann schauen wir mal. Wir müssen erst ein Stück durch den Zinnwald marschieren hier. Das ist das erste Gebäude. Und wie ist der Plan jetzt? Weil ich bin ja jetzt komplett raus gewesen gerade. Ich hab auch gar nicht so zugehört gehabt. Ähm wir holen jetzt im Junior sein Zeugs. Ja. Und dann nehmen wir alles und gehen zum Portal Farm und ziehen uns zurück erstmal. Ok. Ähm kurze Frage. Hat jetzt jemand das Schwarzmetall mitgenommen? Ja ich hab's. Ok gut. So. Kupfer. Ich hab keine Ausdauer. Ah ich glaub ich seh mal nen Grabstein. Alter sind hier Bären. Brauchen wir Bären? Nö nicht so. Also kann ich schon ein paar Aussagen haben. Aber das brauchst du nicht zu extrem machen. Juni wo ist denn Grabstein? Da. Ich seh die Schrift. Na ja ich seh ihn. Zumindest ein. Aber das ist nicht der. Achtung, das ist Kido Junior. Ah. Oh. Kobold. Ich kümmere mich. Ok. Na das war nicht der Richtige. Da vorne ist das Gebäude. Mhm. Da müsste es sein. Ich kann dir vorstellen das Gebäude war mal ganz. Äh jetzt guck dir an was die Loxys draus gemacht haben. Alter alter schön. Loxy links. Sollen wir den angreifen oder? Ich hab nur Holzpfeile. Also ich hab noch Pfeile. Ja da gib mir mal ein paar. Gib mir erstmal noch ein paar. Ja ja. Gib mir jetzt ein paar. Danke. Fällen von 30 Nadelpfeile gibt er mir da. Achtung Junior. Achtung. 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 Da sind Krautsberge. Krautslöffel. Nein Krautsberge. Ja die attackieren die Loxys. So. Ähm. Achtung. Oh ich sehe meinen zweiten Krautschlein. Ja der Gehirn holt das Zeug. Jetzt geht natürlich nicht wieder alles hin. Holz kann raus. Das kann raus. Das kann raus. Das kann raus. Das kann raus. Ja die klettern auch auf Steine hoch gell? Ja. Soll er. Soll er probieren. Das ist ziemlich hoch. Äh. Ja. Da ist. Hat der Junior auch gedacht. Haha. Ja nochmal loxtro fähig gekickt. Sehr schön. War da oben irgendwas drin? War der da schon drin? Ja. Da war aber nichts. Bin mir ziemlich sicher dass du jetzt nicht mehr hoch kommst. Ne. Glaube ich auch nicht. Sowieso. Baustelle betreten auf eigene Gefahr. Ja. Phil wenn du grad mal zu mir kommst kurz. Äh. Ja. Da vorne haben wir nämlich noch ein Dorf. Auf dem Stein wo du grad. Ähm. So. Erstmal anziehen. Da waren wir noch nicht. Oder wie? Ne. Da waren wir noch nicht. Da waren wir noch nicht. Ähm. Ja gut. Brauchen wir erst Pfeile. Hm. Ich wär jetzt so reingegangen. Ich hab noch. Ich hab noch. Nadelpfeile grad verballert. Ich hab noch die ganzen 35 Nadelpfeile. Äh. Hat einer von euch auf mich geschossen? Oder? Nö. Das war's. Ja. Gib sie. Gib sie. Gib sie. Wieso klopfst du mich? Ach. Ich glaub ich spinne. Komm mal her. Ja. Oite. So komm mal attackieren. Das ist das Dorf. Wir haben Bock auf Klopferei. Alter klopf mal. Der Junior hat doch den hier zwei Schmetterer dabei. Super. Ähm. Phil. Hältst du dich im Hintergrund? Der Junior und ich haben mit dem Schwarzmetallmesserchen eine gute Chance gegen die Koboldis. Mhm. Sehr gut. Aber das. Ich hab noch Knochenwanst. Oh. Shit. Ich bin schon drauf. Ich hab keinen gekriegt. Ne. So. Schwert ist draußen. Oh. Schamani. Ja. Ist schon mal eine gegeben. Tod. Uh. Irgendwo ist ein Sperrwerfer. Ja. Im Wasser. Ah. Ah. Das hab ich gar nicht gesehen. Ich sehe vier da vorne schon ein Schamane. Sehen. Äh. Achtung Kobolde. Genau bei mir. Schamane tot. Achtung Phil. Ich habe lange abhauen. Glitsch hier rum. Ja. Ja. Ah. 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 Vorne ist noch einer. Das ist wie in München. Achtung Schamane. Alter. Unia zieh dich zurück. Wieso? Bei mir ist gerade ein Schamane-Ding eingeschlagen. Okay, da ist noch einer. Das ist doch so oft der Schamanen. Was ist denn da? Oh, da ist er. Oh, hier ist ein Totem. Boah, geil. Was ist da? Kann man aufheben. Oh. Kannst du uns noch weitergeben? Ja, ja. Was ist das? Irgend so ein Figürchen. Vielleicht war ich wie... Ich hab keinen Platz im Inventar. Ach, das ist wahrscheinlich zum Ding, zum den letzten Gegner zu beschwören. Ah, das kann sein. Ja. Kann irgendjemand das Plax aufnehmen, weil ich hab gar keinen Platz mehr. Wollen wir vielleicht mal hier Sachen aufteilen? Mhm. Also mit... Ja. Ich kann Zeugs nehmen. Ähm... Hast du eine Kobold-Ruppe? Ja. Ähm... Loks-Fleisch? Kannst du noch nehmen? Ja. Schmeiß rüber. Ähm... Loks-Pelz? Ja, hab ich auch. Ähm... Ja. Dann... Hab ich noch Federn... Nadeln? Warte, ich geb dir Federn und Nadeln. Okay, danke. Ich hab noch Geld, Knochen. Geld kann ich nehmen. Ich auch, ich hab 69. Ähm... Soll ich dir dann auch das Geld geben? Ja, gib ich. Ich bin der Finanzmeister. Danke. Wickel in der Graue. Ja. Ja. Gut zu sagen, wir können... Oh, viel gebrächt. Gelb. Alter! Hahaha. Super. Wir sind hier. Sollen wir jetzt... Wie sieht's pfeilmäßig bei euch aus? Wir haben noch 28 Nadelpfeile. Äh, Obsidienpfeile 14. Ich hab 84 Pfeile und... 18 Feuer. Weil 18... Solche Pfeile. Sollen wir dann hier zur Ebene marschieren? Vielleicht kriegen wir da einfach... Was verballert ihr jetzt das Zeug? Ich verballer gar nichts. Ich verballer gegen, äh, 4. Ähm... Dass wir noch ein paar Loxe kriegen und dann heimreisen. Noch mehr Loxe? Wie viele Loxe? Vielleicht hast du jetzt eigentlich? Ah ne, lass... Wir gehen nach Farm. Entschuldigung, weil das Schwarze Teil müssen wir jetzt da irgendwie loskriegen. Äh... Sollen wir mal den Runenstein lesen? Hm... Jo... Unter dem Erdboden liegen die Hallen der Männer und Frauen, die längst vergangen sind. Die Hallen uralter Stämme, die in Valheim lebten, bevor sogar der Allvater sein Auge auf diesen Ort richtete. Tauche tief ins Erdreich ein, um ihre Schätze zu heben. Aber hüte dich! Einige von ihnen wissen noch nicht, dass sie bereits tot sind. Haha! Zombies? Ich glaub, es geht hier um die Kobolde, oder? Ähm... Ja... Das ist sehr möglich. Achtung, Kodos Kito. Ähm... Nummer zwei direkt voraus. Vor Farm waren, glaub ich, auch nochmal zwei Lokse. Okay. Ja, die können wir uns jetzt da auf den Weg hinten. Ja. Holen. Äh... Ich glaub, wir gehen da... Da vorne rüber da... Silvi ist noch da? Jaja, bin da. Auf hinten. Hört nicht euch. Hört dich gar nicht. Ich hab' nichts gesagt. Hör... Ähh... Okobalds... Rechts... Die Sonne geht runter. Wir sollten uns dran sputern. Mhm... Weil wie der Junior schon gespürt hat, Wohl denn nachts ist in drei Stegen. Du sagst eigentlich nur noch das Silberschild. Weil ich noch nix schwarzes hab. Echt nicht? Nein. Außer den Stachelschwein da, gell? Mhm. Okay. Aber das ist ja nicht so stark wie das Schwert. Gegen Blobys bestimmt. Der da ist ja. Blobys haust du damit kaputt ohne Ende. Oh je. Da gehen alle da? Mhm. Mhm. Oh, ein Tor. Vorne ist Feuer. Aber das haben wir schon. Ja, das ist ein Dorf. Aber das haben wir schon. Oder? Ja. Auf dem Kader hab ich's markiert. Aber das da wieder feiert man. Moskite voraus. Da leuchtet was grün. Oder ist das Feuer? Ich glaub das ist ein Pfeil. Oder? Keine Ahnung. Vorne seh ich 3 Loxe. 4 Loxe. Oder? Ja. Ah, link ist halt auch noch 2. Ja. Welche nehmen wir? Links erst. Erst ganz ganz links, also den linken. Achtung, Todes Kito. Bis zum nächsten Mal. und er ist schon ja meine gibt's doch nicht ein bogen ist kaputt skelette auch noch da waren es waren es gelöckel ja mein bogen ist futsch ja wir gehen jetzt hier zurück für das ist ist das 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 Ah, wir werden verfolgt. Ach, scheiße. Achtung. Da hinten ist wieder eine Party. Auf der Insel. Wieso? Da, da sind lauter Kobolde. Und Feuer. Schnell weg. Sind bestimmt sechs, sieben Stück. Achim, bist du schon drin? Ach, da war gerade einer. Wir hören dich nicht. Achim. Hallo? Ja, jetzt, da bist du wieder. Ja. Ich hab gerade zur Zeit mit euch geredet und wir hören dir einfach nicht zu. Nix, kein Pieps, hast du gesagt. Kein Pieps. Wir haben ein Video und Tonbeweis. Das glaube ich nicht. Ja, jetzt kann es, wenn man ihn im Video hören würde. Was? Ich hab euch gehört. Ja, äh, für dich nicht. Tja, kann ich nix für. So. Junior, geben wir mal die Federn. Ja, ich film. Soll wir ein bisschen erspenden gehen? Ja. Ja, dann machen wir mal. Produzieren könnte man eigentlich, als im Dunkeln. Oder abends. Dann hätten wir wenigstens den ganzen Tag was. Ich fände da gut. Also komm, erst produzieren. Oh, jetzt liege ich doch schon im Bettli. Ja, kurz mehr, wie heißt das? Äh, äh. Ach, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Schnellfahren. Schnellschlaf ging da. Power Mapping. So, jetzt hab ich's. Power Mapping? Power Mapping, ja. Das war Power Mapping. Deine ganz schnell Karten. Ja. Zack, 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 zack. Schhh. Äh, Fitter liegen hinter dir. Was? 100. Äh, ja. Warte mal, nimm mal ein bisschen mit dir. Dann kann ich's nehmen, so. So, jetzt muss ich noch ausladen gehen hier. Na, da zeigst du auch drin, da. Ui. So. Dauw und Schnaps. Fleisch und Leder. Loxpelz. Oh, wir haben genau 999, äh, Münzen. Oh. Willst du mit mir shoppen gehen? Hahaha. Haben wir hier irgendwo Flax, oder wäre das alles in der Produktion da vorne? Was meinst du, sorry? Flax. Flax. Ne, haben wir hier nicht. Dann hab ich noch nixen Schwänzli. Nixen Schwänzli muss auch raus. So. So, jetzt, äh. Äh. Wo sind die Nadel? Da sind die. Was bauen wir denn dafür eigentlich noch? Du, 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 du. Äh. Hä? Wie heißen die? Ja. Nadelpfeile. Ach, Nadeln. Ich hätte sie ja auch Pfeile aus Nadeln nennen müssen können. Oder mal nach irgendwas sortieren. Es sind nach Pfeile, also nach Dingen sind es sortiert. Bronze Pfeile, Eisen Pfeile ist lieber Pfeile. Und dann sind Nadeln Pfeile nirgends. Ja, weil du die nicht auf der Schmiede machst, sondern halt... In der Werkbank. Ach so, in der normalen Werkbank wieder. Nichts Geschmiedetes dran. Oder haust du auf den Nadeln und Federn rum. Ja, ich hab halt gedacht, der braucht noch anderes Material. Ich wüsste ja nicht mal, welches Material ich alles brauche, deswegen. Nicht so viel denke. Nur Nadeln und Federn. Ja. Federn. Da sieht man mal wieder, wer immer hier am Schuften ist und am Schaffen und am Tun und dann kommt der und hat keine Ahnung, gell, Junior? Ja. Mhm. Mhm. So. Meint jetzt natürlich Feinchen schon zahm? Weiß ich nicht, das machen wir aber dann im Hellen. Ja. Also können wir jetzt schlafen, oder wie? Ja. Jetzt bin ich gerade am Loxleisch brutzeln. Stopp nicht alles Lox... Wir brauchen doch Lox-Pastete. Ja, das braucht auch gekrochtes Fleisch. Ach so. Also das braucht gekrochtes Lox-Pastete. Ja. Ah, okay. Hm, Blue Pudding. Blue Pudding. Weil du das ja essen würdest, gell? Ja. Ja, du hörst nicht. Was sonst? Also wir brauchen unbedingt Fischhappen. Ich weiß. Weil, ey, die sind... Fischhappen... Nur die Lox-Pastete ist besser. Ja, Fischhappen, Lox-Pastete und Rübeneintoppen. Ja. Ist... Was hast du gesagt, Ariums, an wie viele Lebenspunkte bringt es? Äh, die Lox-Pastete bringt... Sekunde... Nein, nein, ich... Also, ich mein' alles zusammen. Ach so, 205 hatte ich vorher. Das ist ne Menge. Das ist ne Menge, jo. Ah, 316. Es wird hell. Gut. Wir brauchen dann noch Eisen. Da müssen wir Eisen klopfen gehen. Und schon wieder Feuer und Flamme. Du brennst schon für den neuen Tag. Natürlich. Ich brenne immer. Manchmal brennt's ja woanders. Dann machst du was falsch. Also, wir haben jetzt... Eins, zwei, drei, vier Wölfe. Eins, zwei, drei, fünf Wölfe. Ja, wir brauchen ja kein Futter mehr reinmachen, wenn wir sie nicht mehr züchten. Oder züchten wir sie jetzt noch weiter. Nö, nö. Aber ich hab jetzt mal noch ein bisschen Fleisch reingemacht, dass die... Dass man mehrere Wölfe hat zum Jagen. Ach so. Okay. Aber ich glaub, fünf Reihen zum Jagen, oder? Ja. Sollen wir keine Wolfgang machen? Wolfgang. Von mir aus schon. Wir können auch mal zehn Stück züchten und nimm schon nicht alle zehn mit, sondern immer nur fünf, dass man immer welche hat, noch als Reserve. Dein Kunstwerk ist kaputt. Wer will aufs Maul? Ich nicht, aber dein Kunstwerk ist kaputt. Welches Kunstwerk? Das, was er gebaut hat. Oh. Junior hat's kaputt gemacht. Nein. Ich hab das Holz eingesammelt, dass ich's wieder bauen kann. So. Ja, wir müssen Eisen klopfen, weil ich brauch sowieso gelbe Pilsis. Für den Ausdauer mit. So. So müssen wir zum Abschluss der Folge noch das Wildschweingehege anschauen. Mhm. Jedenfall. Das ist ja mal ein kleiner Turm. Wie viele Schweine sind immer noch zahm. Was war? Ist das? Ach, sorry, Junior. Ach, nix. Ich muss mich mal selber eh aussperren. 90%. Oh, ich muss was. Also, lass mal's noch kurz. Aha, da geht's runter. Oh, hab ich nicht. Bringst du da hoch und dort sperrst du dann ein, die armen Flieger. Oder wie? Achtung, nicht runterfallen. Kannst du nicht runterfallen? Hm, kannst du nicht runterfallen. Ach so, okay. Und dann, aber das Futter, wie gibst du denen Futter? Da oben reinschmeißen. Das bleibt dann auf dem Ding liegen. Bleibt auch hier liegen. Also, du musst halt schon ein bisschen in die Mitte werfen, aber es bleibt liegen. Ach so. Und die großen Schweine sind zu dick, um da durchzufallen. Und die kleinen nicht. Hatten wir jetzt gerade an meinem Beispiel gesehen. Lach mich nicht aus. Junior, lad mich einmal raus. Nein, hab ich nicht. Oh, die große Halle bricht immer mehr zusammen, Leute. Hä? Ja. Kommt mal. Jetzt fehlt schon die zweite Stütze und das Loch im Dach wird mehr. Das ist doch schön. Wird so ein bisschen antik. Antik? Ja? Vintage. Vintage with Loch. Haben wir noch Obsidian da? Nee, gell? Nee, nur noch zwei, also sehr wenig. Oh, haben wir noch einen gelben Pilz? Gleich mal eingesammelt. Soll ich noch Feuerpfeile mal machen oder nicht? Rüber ruscht. Die stechen nicht so arg, glaube ich. Die brennen, die brennen mehr. Die brennen halt und alles sind weg. Könnte ich mir aber bei so'n... ...Locks auch gut vorstellen. Die brennen, die brennen. Brauch', man gar nicht mehr braten. Das ist unser alter Geheimgang. Die großen Halle. Wirklich lange haben wir hier ja nicht gelebt, gell? Nee. Und meine Hütte. So, jetzt haben wir mal das neiste hier gesehen, das ist die alte Küche. Und da steht sogar noch, da steht sogar noch der Dings. Der Kupptopf. Da drin viel Zinn drin. Ja, dann sag ich Dankeschön fürs Zugucken, liebe Leute. Ja. Was ist los? Nee, ich hab falschen Knopf gedrückt. Alles gut. Ja, danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Das Like nicht vergessen. Ja. Ja. War's ja? Jo. Ja, nix. Achso, alles gut. Ja, nix. Ja, nix. Also, bis dahin. Tschaui. Tschüssi. Tschüssi. Vielen Dank.